Oje, 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 sieht nicht gut aus. Da ist wohl nichts viel drin hier. Na, dann lassen wir uns hier stehen. Ist doch wieder nach Spazierenfahrt angesagt. Jetzt gehen wir erstmal den Traktor reparieren und dann bringen wir nochmal den einen Hänger da weg. Die Ladung. Produktion, Holzfliesen ist jetzt wichtig. Oh, ich bin ein bisschen weg. Oh, ich bin ein bisschen weg. So. Notalbeleuchtung da an. Weiter geht's. Ah, das hat mich da ein bisschen eine Scheiße verursacht, ey. Hab ich gesagt, ich wollte Dreck reparieren? Oh, jetzt kommt doch ein... Ich glaub schon mal gleich den Motten, stell da mal ein paar Ampeln hin. Aber selbst die werden sie noch ignorieren. Oh, ein ganzes Fleckchen da abgeholzt, ey. Also es gibt wirklich mal ein paar Tage, da machten wir wirklich diese Karte wirklich besonders viel Spaß. Auch wenn du quasi nur wenig hast, aber... Oder wenig Fahrzeuge hast. Und muss gucken, dass du irgendwie klarkommst. Ist manchmal für Haut-Belleron-Experimentell echt eine schöne Abwechslung, ey. Oder wenigstens. 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 Wow. Das kann noch dauern. Keine Stelle hinten noch was anhängen, aber da geht das nicht. Ne, schade. Na ja. Ja. Hier geht's. Wollt. Wollt. Ja. Wenn du, du was. Wollt. 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 abfahrt kandalbeleuchtung ausmachen schnappen wir uns auch einen anderen Wagen wir machen den leer dann dürftet ihr da dürft es der Fall sein schauen wir gerade mal altes Sägewerk, nein noch gar nicht jetzt habe ich noch lange bretter die fliesen brauchen lange bretter dann aktivieren wir euch noch lange bretter dann passt das dann passt das doch aber wie gesagt letztes Mal haben wir ja den starke Hand genommen den starken Farmer heute werden nur die Maschinen benutzt und nächstes Mal benutzen wir wieder den Farmer den starken dann schauen wir mal ich müsste erst auf Kategorie 2 gehen Stützen ausfahren dann Kategorie 1 das erste Jahr haben wir schon hinter uns nur Geld ausgegeben dann zieht Geld ausgegeben ja dann ja ja Das war's für heute. Sooo. Et voilà. Noch viel länger, man. Ein Stück, 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 Stück. Kein Stück. Sooo. Sooo. So. Shit. Ah, ja. Alter. So. So. Kontrollgruppe 1. Hoch. So. Und rennt das Ding auf. So. 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 Schuss! rüber da war noch einiges zu tun so kontrolle 2 stützen hoch so 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 Ah! Na! Untertitelung des ZDF, 2020 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 15 Uhr Schon 15 Uhr Okay Ah interessant Dürfen doch Jawohl ich hab's doch geahnt Hab's doch geahnt Das passt grad Das passt grad richtig gut Lassen wir das jetzt mal weiter Hoppala Lassen wir das jetzt grad mal weiter produzieren Über die Nacht Kann ich nämlich sagen Passt das nämlich auch Zeitlich auch grad Was ist das denn? Was ist das denn? Wunderbar, dann kann man das ja so stehen lassen.